Hallo zusammen, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit einem ESP bzw. hier jetzt ein NodeMCU und so einer Platine mit Hilfe des Google Assistenten ein smartes Home bauen könnt für kleines Geld. Und zwar hier jetzt mal zur Präsentation. Schalt die LED an. Ich schalte die LED ein. Ich schalte die LED aus. Ich schalte die LED aus. Ihr seht, es geht ganz einfach. Hier jetzt mit dem Board könnt ihr es jetzt mit vier verschiedenen Gerätschaften machen. Und im folgenden Video werde ich euch zeigen, wie das zum Installieren ist bzw. zum Konfigurieren. So, als erstes braucht ihr diese Google Assistent Inno-Datei. Die werde ich in der Beschreibung unten verlinken. Und mit dieser Datei müsst ihr mit der Arduino IDE noch ein paar Anpassungen machen, um sie auf euren ESP bzw. NodeMCU aufzuspielen. Und zwar ist die Datei jetzt so belegt, dass vier Relais geschalten werden können über D1 bis D4. Hier müsst ihr noch eure WLAN, SSID und euer Passwort eingeben, damit sich, sobald Strom auf dem ESP anliegt, der mit eurem Heim-WLAN verbinden kann. Und hier unten müsst ihr dann noch später euren Username und den Schlüssel, damit er sich mit dem Dienst verbinden kann, eingeben. Aber dazu später mehr. Jetzt müsst ihr erst mal auf io.otherfood.com Dann geht ihr hier auf Get Started for free, um einen Account zu erstellen. Ihr habt das schon gemacht, deswegen gehe ich jetzt mal auf Direkt einloggen. So, dann erstellt ihr euch ein Dashboard. Ich habe jetzt hier Google Assistant. Als nächstes müsst ihr auf die Seite ifttt.com Da erstellt ihr euch genauso einen Account. Und wie ihr das machen müsst, brauche ich euch nicht erklären, das ist selbsterklärend. Okay, dann geht ihr hier auf MyApple. Auf neu. Dann hier auf das Dess. Dann gebt ihr ein ASS für den Google Assistant. Geht auf Connected. So, dann fragt ihr, ob ihr Google Sprachbefehle benutzen kann. Dann müsst ihr auf Zulassen gehen. Somit seid ihr verbunden. Als nächstes müsst ihr hier auf sehr simple face. Da gibt ihr jetzt ein, zum Beispiel Schalte LED ein. Mach die LED an. Oder ganz einfach nur LED an. Dann könnt ihr hier eingeben, was er der Google Assistant als Antwort zurückgeben soll. Ich mache jetzt einfach mal Dann müsst ihr hier unten noch eingeben, dass es eine deutsche Sprachausgabe ist. Jetzt gehen wir nochmal kurz zurück und bestätigen das nochmal. Manchmal funktioniert es nicht gleich beim ersten Mal. So, wenn ihr das habt, dann geht ihr hier auf das blaue Symbol. Dann gibt ihr ein AD für Adafood. Sendt hat der Toilette full.io Schalte 1 Den wir hier jetzt nicht mehr haben. Legen wir nochmal geschehen an. Ach, da haben wir schon. Der ist schon angelegt. Okay. Einfach LED. Damit man es auseinanderhalten kann. Da haben wir jetzt den Knopf. Und jetzt Data to save Macht das Licht an. 0, ich glaube Nee, ist 1 Okay Damit ist jetzt diese angelegt Und dasselbe Spiel Wird jetzt wiederholt für den Befehl zum Ausschalten Oh Na toll Neuer Versuch Wieder auf das Google Assistent Das selbe Das selbe Hier habe ich jetzt LED Die Einzelbuchstaben geschrieben Jeweils mit dem Leertaste dazwischen Das werde ich nachher zeigen Weil die Sprachausgabe von Google ist da LED Wenn man das zusammenschreibt ein bisschen komisch Weil dann sagt er nur LED So Wieder ein Trigger createn Dann mit So Wenn ihr das habt Dann geht ihr hier auf das Blaue Symbol Dann gibt ihr ein AD für Adafruit Send data to Adafruit IO Schalter 1 Schalter 1 Den wir hier Ja Jetzt nicht mehr haben Legen wir nochmal Geschwind an Ach der haben wir schon Der ist schon angelegt Okay Einfach LED Damit man es auseinanderhalten kann Da haben wir jetzt den Knopf Und jetzt Data to save Macht das Licht an Ist 0 Ich glaube Ne Ist 1 Okay Damit ist jetzt diese angelegt Und dasselbe Spiel Wird jetzt Wiederholt Für den Befehl Zum ausschalten Oh Na toll Neuer Versuch Wieder auf das Google Assistent Und dasselbe Das selbe Hier habe ich jetzt LED Die Einzelbuchstaben geschrieben Jeweils mit dem Leertaste dazwischen Das werde ich euch nachher zeigen Weil die Sprachausgabe von Google Ist da Bei LED Wenn man das zusammenschreibt Ein bisschen komisch Weil dann sagt er nur LED So Wieder Trigger graden Dann Mit was soll er sich das verbinden Da wählt er wieder Other Food Center to Other Food Wieder Schalter 1 Auch diesmal mit 0 Okay Das haben wir Dann müsst ihr jetzt hier noch auf IO Other Food gehen Und zwar hier auf das gelbe Kästchen Und da seht ihr Den Username Und den Autorizierungsschlüssel Die müsst ihr Hier angeben Also hier den Username Und hier den passenden Schlüssel dazu Und wenn ihr das gemacht habt Müsst ihr Dieses Programm Auf den ESP aufspielen Und solange es an den Usb-Anschluss Angeschlossen ist Könnt ihr dann auch über die Serielle Konsole Jetzt ist er natürlich nicht vorhanden Weil der ESP nicht angeschlossen ist Könnt ihr kontrollieren Ob auch alles funktioniert So Wenn ihr nun alle Schritte Befolgt habt Dann sollte es jetzt Ohne Probleme funktionieren Mach die LED an Mach die LED aus Wie ihr seht Funktioniert wunderbar Was ich jetzt festgestellt habe LED Spricht der Assistent richtig aus Wenn ihr hier auch LED Großgeschrieben habt Weil sonst sagt er nur LED Ich hoffe euch hat das Video gefallen Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen Oder einen Kommentar Und bis zum nächsten Mal